Sura 96, Al-Alaq, der Blutklumpen Offenbart zu Mekka 19 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen Lies im Namen deines Herrn, der erschuf Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen Lies, denn dein Herr ist allgütig, der mit dem Schreibrohr lehrt Lehrt den Menschen, was er nicht wusste Doch nein, der Mensch übt Gewalttätigkeit, weil er sich im Reichtum sieht Wahrlich zu deinem Herrn ist die Heimkehr Hast du den gesehen, der da verwehrt, unserem Diener, dass er betet? Hast du gesehen, ob er auf dem rechten Weg ist oder zur Gerechtigkeit auffordert? Hast du den gesehen, der ungläubig ist und sich abwendet? Weiß er nicht, dass Allah ihn sieht? Doch nein, wenn er nicht davon ablässt, werden wir ihn gewiss ergreifen Bei der Stirnlocke, der lügenden, sündigen Stirnlocke So möge er denn seine Mitverschworenen anrufen Wir werden die Höllenwächter herbeirufen Doch nein, gehorche ihm nicht und wirf dich in Anbetung nieder Und nähere dich, Allah g wordt sicher, Additionally, seine Mitverschworene Das ist natürlich die Beste und die recursos Wir werden dieогила, darf ichcill. Halbete